Was ist, wenn Mum ein Roboter ist? Was ist, wenn Onkel Sherman ein Roboter ist? Was ist, wenn Gary ein Roboter ist? Gary? Gary? Gary! Gary, wenn du ein Roboter bist, sagst du es mir okay? Ha, kein Grund, um mir Sorgen zu machen. Und jetzt hole ich mir eine schöne Mütze. Schlaf. Gah, 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 gah!